Liebe Zuschauer, herzlich willkommen aus Düsseldorf zur heutigen Sendung von HSBC Daily Trading TV. Wir haben aus gutem Grunde heute ein Edelmetall-Special für Sie vorbereitet. Ja, der Goldpreis, er hat im bisherigen Jahresverlauf 2021 noch nicht so richtig glänzen können. Im Gegenteil, es ist eine der wenigen Asset-Klassen, die in den ersten zehn Monaten mit einer negativen Wertentwicklung aufwarten. Dennoch glaube ich, der Goldpreis derzeit in einer extrem spannenden Ausgangslage, man ist ja deswegen vielleicht geneigt zu fragen, ein verlorenes Jahr. Wir denken eher nein, denn die Konsolidierung, die Wertentwicklung der ersten zehn Monate war wichtig, um hier den Grundstein zu legen für möglicherweise die nächste Aufwärtsentwicklung. Das haben wir schon ein Stück weit vorweg gegriffen und wir sind damit mitten in der Analyse und das ist auch gut so. Als ersten Chart habe ich den Goldpreis auf Tagesbasis mitgebracht. Und man sieht, wenn man diesen Chart durchleuchtet, dass die jüngsten beiden Dips, die wir im August und September vollzogen haben, jeweils fast punktgenau den Basisaufwärtstrend seit Ende 2015 bestätigt haben. Verläuft aktuell bei 1.735 Dollar pro Unze. Das also schon mal ein erster konstruktiver Grundton, der hier entsteht. Und zum Zweiten haben wir zuletzt die Klettungslinien der letzten 50 und 200 Tage bei knapp 1.800 Dollar zurückerobern können. Also zweites Ausrufezeichen damit generiert. Am wichtigsten aus unserer Sicht, wenn man diesen Chartverlauf sich anschaut, aber die Tatsache, dass der Goldpreis derzeit ein verschachteltes Kursmuster ausbildet. Was hat es damit auf sich? Man sieht, am aktuellen Rand haben wir die Möglichkeit, eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation auszuprägen. Und diese inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, diese kleine mögliche Bodenbildung, ist gleichzeitig Teil eines übergeordneten, größeren, unteren Umkehrprozesses. In dem Fall in Form eines klassischen Doppelbodens. Vor dem Hintergrund ganz entscheidend, die Hochpunkte bei 1.832 respektive 1.834 Dollar pro Unze. Der Sprung darüber würde die inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die wir diskutiert haben, tatsächlich abschließen und damit ein Anschlusspotenzial freisetzen, um im zweiten Schritt perspektivisch dann auch die Bodenbildung in Form des größeren unteren Umkehrprozesses in Form des Doppelbodens abzuschließen. Dafür ist notwendige Bedingung, dass wir das Juni-Hoch bei 1.916 Dollar überwinden. Aber wie gesagt, nochmal, der Charme dieses verschachtelten Kursmusters liegt darin, dass wenn wir die inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation abschließen, dass sich daraus dann ein Kurspotenzial ergibt, um dann gewissermaßen auch die zweite positive Weichenstellung in Form der großen Bildung nachzuschieben. Bildlich gesprochen befinden wir uns aktuell also möglicherweise in einer Situation, wo ein charttechnisches Rad beginnt, in das andere zu greifen. Also kleines Zwischenfazit, der Goldpreis derzeit mehr als spannend in einer sehr vielversprechenden Ausgangslage und dazu tragen auch noch zwei weitere Aspekte bei. Und zu jedem dieser weiteren Aspekte habe ich jetzt jeweils einen Chart vorbereitet. Der erste ist der Goldpreis auf Point-and-Figure-Basis. Also das ist die Chart-Darstellungsform mit den X und den O's. Die X stehen für steigende Notierungen, die O's entsprechend für fallende Notierungen. Und wenn gleich diese Chart-Art in Europa so ein bisschen in Vergessenheit gerät, versuchen wir da immer so ein bisschen gegenzuarbeiten. Vor allen Dingen dann, wenn sie eine klare Guidance, eine klare Weichenstellung nahelegt, so wie das aktuell der Fall ist. Zunächst mal im Point-and-Figure-Chart wird die Bedeutung der Barrieren bei 1.800 Dollar untermauert. Wir haben nämlich auch da einen kurzfristigen Abwärtstrend, wichtige horizontale Barrieren, sodass hier ein markanter Kreuzwiderstand entsteht und der Sprung darüber würde eben die Ampel eben auch aus Point-and-Figure-Sicht auf Grün springen lassen. Und das wissen wir besonders zu schätzen, wenn unterschiedliche Chart-Darstellungsformen, unterschiedliche Chart-Arten Hand in Hand gehen. Und der zweite Aspekt, das ist dann mein dritter Chart, der Goldpreis auf Euro-Basis. Also wie sich der Kursverlauf aus Sicht eines Euro-Investors darstellt. Und auch hier liegt ein sogenanntes verschachteltes Kursmuster vor mit einem ganz entscheidenden Unterschied. Der Unterschied ist der, dass wir die kleine Bodenbildung bereits abgeschlossen haben. Also auf Euro-Basis ist der Goldpreis, die Goldpreisentwicklung sogar einen Schritt weiter, als das in Dollar denominiert der Fall ist. Und damit liefert dieser dritte Chart, der Goldpreis in Euro notiert, möglicherweise einen wichtigen Fingerzeig für die Goldpreisentwicklung, wie wir es täglich in der Zeitung nachvollziehen können, eben auf US-Dollar-Basis. In der Summe denken wir also beim Gold derzeit weniger ein verlorenes Jahr, sondern eine wichtige Konsolidierung in den ersten Monaten des Jahres. Und wir haben durchaus aufgrund dieser vielversprechenden Ausgangslage die Chance, auf den letzten Metern des Jahres 2021 noch ein bisschen verlorenes Terrain wieder gut zu machen. Liebe Zuschauer, das war jetzt relativ viel Input, auch ungewöhnliche Charts, die man vielleicht nicht jeden Tag sich anschaut. Deswegen können Sie das Ganze nochmal ausführlich nachlesen. Gehen Sie auf hsbc-zertikarte.de, schauen Sie sich die letzten Ausgaben des Daily Trading Newsletters an. Da haben wir explizites Schlaglicht eben hier auf die Goldpreisentwicklung gelegt. Und damit sage ich vielen Dank, vielen Dank fürs Zuschauen, für Ihr Interesse. Machen Sie es gut, bis nächste Woche und Tschüss aus Düsseldorf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017